Mein Name ist Mariam. Erstens studierte ich als Embedded Software-Developer in Hilti. Und jetzt arbeite ich als Entwicklungsengineer in der Forschungsdepartement Hilti. Ich bin Anna und ich bin Technische Projektleiterin im Bereich Elektronik. Ich bin Manel Oni. Jetzt arbeite ich als Technikprojektmanager für OEM. Mein Name ist Justus. Ich arbeite als Entwicklungsingenieur in der Antriebe-Vorentwicklung. Mein Name ist Chin. Ich arbeite als Entwicklungsingenieur in der Bereich Motor-Driven-Control. Ein typischer Arbeitsalltag fängt bei mir erst mal mit einem Kaffee an. Ich beginne meine E-Mails, als ich mit anderen Kollegen in anderen Zeiten, wie China. Ich habe eigentlich keinen typischen Arbeitsalltag. Und das ist auch genau das, was mir daran gefällt. Ich bin zuerst meistens, wenn ich den Algorithmus entwickle im Büro, programmiere da alles und gehe dann runter ins Elektroniklabor und teste da meinen Algorithmus auf Herz und Nieren. Ich arbeite sehr gern bei Hilti, weil ich mich dort einfach sehr gewertschätzt fühle. Ich fühle mich hier unterstützt in meiner persönlichen Entwicklung, in meiner beruflichen Entwicklung. Ja, ich denke, die größte Erfahrung ist, weil mein Hauptjobb ist, zu entwickeln eine neue Lösung für Motor-Driven-Control. Es ist besonders hier in Hilti, dass man viele Möglichkeiten hat, zu verändern, zu verändern, zu verändern, zu verbessern, und zu verbessern. Das ist eine technische Erfahrung. Wir nutzen die Aufmerksamkeit und Respekt, als die wichtigste Faktoren, zu haben, mit diversen Einwohnern, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Geschichten, Hilti ist ein guter Umgebnis, in der Terme von Kollegen, Respekt, Integration, Inclusion, und auch in Karriere. Ich habe das Job entschieden, zuerst einmal, weil es meine technische Erfahrung und mir die Chance zu bringen, die Theorie, die ich als Universität gelernt habe, in Praxis. Das, was wir machen, das findet dann auch Anwendung, was mir schon wichtig ist. Und das finde ich toll, dass man bei Hilti da wirklich auch die Chance hat, dann die Dinge, die man selber sich ausgedacht hat, auch in die Serie zu bringen. Die Tasks, die man zu tun hat, die Projekte, die man zu arbeiten, sind sehr wichtig, und man muss manchmal aus der Box denken. Hilti fördert einen da auch, zum Beispiel, in der Weiterbildung. Wenn man sich zum Beispiel besonders für Thermografie interessiert, dann lernt man da, zum Beispiel hatten wir zweitägiges Seminar, wie bediene ich die Wärmebildkamera, was kann ich damit alles überhaupt messen, wie kriege ich überhaupt den Messbereich richtig dargestellt. Ich freue mich sehr viel in der Lab, in der Testung meine Resultate. Das war vielleicht eine der besten Erfahrungen, in der Zeit, wo ich den Amt mit dem Kunden war. Er hat die Tool versucht, um die Software zu ermöglichen. Und man sieht, wie der Kunden die Funktionen und die Software testiert. In der Forschung sind wir verantwortlich für neue mechatronische Möglichkeiten, und auch vorhanden und neue Technologien und auch neue Produkte, die mehr Sicherheit, mehr Qualität und mehr Kost-Effektivität in die Hilti-Produkte bringen. Hilti hat Ihnen eine gute Umgebung, die Sie als Frau und als Frau und als Sie finden einige Experten, sehr gute Experten, die Sie in der Beginn der Karriere unterstützen können. Ich weiß nur, dass ich mich gerne weiterentwickele, ich möchte gerne lernen, ich möchte mehr sehen, ich möchte alles aufsaugen, was ich aufsaugen kann.